Naja, komm her. So, Tag. Eben ganz schnell, kurze Geschichte, bevor ich runtergehe in den Garten. Also gestern Abend in der Talkshow, im Fernsehen, in der Talkshow, das Thema Einsamkeit. Da war da auch so ein Kerl, der sagte, oh, ich bin auch immer so einsam, so einsam. Was kann ich denn mal machen gegen Einsamkeit? Da saß da so eine Frau, Psychologin oder sowas, schon jenseits von Gut und Böse, schwer bunt gemalte Lippen und so weiter, und dann sagte er dann, ja, wenn du einsam bist, suchst du am besten eine Frau und heiratest. Da hat der Kerl gesagt, was, heiraten? Da bleibe ich lieber einsam. Gute Geschichte. So, jetzt will ich runter in den Garten. Tschüss.